Berlin, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten will Alicia nach der vermeintlichen gemeinsamen Nacht endlich die Wahrheit von Carlos wissen. Tobias Nichte kann sich einfach nicht erinnern, leidet an Liebeskummer wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, scheint es Alicia allmählich zu dämmern. Sie spürt trotz Verblaster Erinnerungen, dass sie Paul nicht betrogen hat. Sie konfrontiert Carlos daraufhin in seinem Hotelzimmer. Als du mich an dem Abend nach Hause gebracht hast, kann es sein, dass ich mich da übergeben habe? Ich habe mich vorhin nämlich an was erinnert, als du bei mir warst, will sie verzweifelt von ihm wissen. An was? erwidert er. Dass mir super schlecht war. Und wenn ich mich wirklich übergeben habe, dann hatten wir doch keinen Sex mehr. Kann es sein, dass du dich auch nicht mehr richtig erinnerst? hakt Alicia nach. Sie bittet ihn eindringlich, nachzudenken, um endlich Klarheit zu haben. Rückblick Der Latin Lover kann es einfach nicht mit sich vereinbaren, dass seine Herzensdame und Paul nun das neue Traumpaar im Kollekiez sind. Zuvor hatte Alicia Carlos in die Wüste geschickt, weil sie die Nase gestrichen voll von seinen Launen hatte. Anschließend fand Tobias nichte Trost in den Armen von Paul. GZSZ Erzählt Carlos seiner Herzensdame Alicia endlich die Wahrheit? Seitdem macht der Teufel seinem Namen alle Ehre und Spann eine Intrige. Um das Liebesglück der beiden zu torpedieren, weil er Alicia nicht zurückgewinnen kann. Als Paul sich vorübergehend verabschieden musste, um sich um seinen Sohn zu kümmern, nutzte Carlos die Gunst der Stunde. Der Geschäftsmann spielte dem sympathischen Tischler vor, dass er mit Alicia die Nacht verbrachte. Paul verstand daraufhin die Welt nicht mehr. Er machte mit Alicia Schluss. Alle ihre Erklärungsversuche prallten bislang an ihm ab. Ob Carlos reinen Tisch macht, seine Lüge zugibt und Paul und Alicia wieder zueinander finden oder das Liebesaus endgültig besiegelt ist, Das erfahrt ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+. Untertitelung des ZDF für funk, 2017